Ich bin ja auch an die Flore. Ja, wohin? Malorca. Und? Wortschön. Philkölschön. Ja, ja, die Südmeier überall. Ja. Ob der Fluch, da ist vielleicht ja Dinge passiert, sagst du. Was ist denn passiert? Ja, nur dem Start hätte der Pilote durchsacht gemacht. Ja, und was hätte sie gesagt? Er hätte gesagt, willkommen an Bord. Sie fliegen in 8 Kilometer Höhe. Immer locker, is er warm. Und wir wünschen einen guten Fluch. Ja, das sagen die doch immer. Ja, ja, aber dann hätte er vergessen, das Mikro auszumachen. Und hätten er hingeher gesagt. So, jetzt trinke ich mir noch ein Jotas Kaffee. Und dann pub ich die Stewardess drum und dann wieder. Du lebe ein Jotas. Was kann ich da sagen? Er ist natürlich jeder Jotas, ne? Auch die Stewardess. Die kleine Sonne, ey, puh. Löf der Jan Langfern auf die Kabine an. Und wenn er bei mir vorbei geht, sag ich, Frau Lentsche, Sie wollen sich ja nicht so zu beideln. Der trinkt ja jetzt noch das Kaffee. Ja. 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 Vielen Dank.